30 Jahre ist er alt. Er kommt aus Hamm, heißt Roman Schirilew und ich sage, auf die Plätze, fertig, los. Das ist der Stiefbruder von Arthur Schreiber. Hier haben wir Arthur und jetzt bin ich mal gespannt, was Arthur ihm mitgegeben hat auf dem Weg in den Parcours. Gute körperliche Voraussetzung, der sieht sehr leicht aus. 1,70 Meter klein, das ist aber nicht zwingend ein Nachteil. Ja, Arthur 1,72 zum Vergleich. Guck mal, sieht schon auch easy peasy aus. Also ist kein komplett ungewohntes Terrain, Körpergefühl ist da. Wie sieht es denn mit dem Schwingen aus hier am Trapezflug? Hast natürlich mit Arthur dann jemanden an deiner Seite, der dich auf alles vorbereiten kann, zumindest mental. Aber das da sieht spielerisch aus. So, was macht er mit dem Balance-Hindernis, was macht er mit dem Weg? Ein Tritt kann das Ende bedeuten, ein Fehltritt. 1,2,3,0, alles gut. Aber der ist auch eine Feder, ich schmerz dir, der hat keine 70 Kilo. Glaube ich auch nicht. Guck mal, guck mal. Also der hat trainiert. Also der ist nicht das erste Mal in so einem Parcours. Der hat Spaß? Der ist jetzt drin im Parcours. Ah, da bin ich jetzt wirklich neugierig, wohin die Reise für den geht. Ob der der Erste ist, der auf dem Bazaar haut? Pass auf, die Geschichte ist ja auch der Wahnsinn, ne? Als Kind festgestellt worden, zu großes Herz, immer Schmerzen beim Sport. Und jetzt guck dir den hier an. Das sind schon immer so Geschichten. Ich will nicht immer wie Opa klingen. Ich weiß, ich tue es trotzdem hin und wieder. Aber Sport kann so viel mit und aus Menschen machen. Er ist ja auch ein gutes Beispiel. Arthur Schreiber, den sehen wir gleich. Hat schon an einigen Ninja-Wettkämpfen teilgenommen. Er hier, Roman. Also die Community kennt der, ne? Da ist es nicht so komplettes Neuland, wenn du eh mit Arthur unterwegs bist, aber auch... Ich bin nicht so oft mit Arthur unterwegs. Nee, aber das ist doch auch für... Tatsächlich muss man sagen, wenn man hier so komplett aus dem Nichts reinkommt in diese Halle. Und da sind schon all die Ninjas, die sich so in Teilen auch kennen. Warte mal, jetzt hat er, glaube ich, gerade ein kleines Problem. Habe ich gedacht. Ein kleines. Wenn sich hier alle Ninja-Athleten schon kennen und man kommt da so rein als Newbie, die nehmen einen auch immer sofort auf. Aber man braucht halt, um warm zu werden. Und das war hier bei ihm nicht der Fall. So, jetzt hat er ein kleines Problem. Jetzt hängt er da in der Beuge. Und da hat er gerade nicht so die Idee. Was ist jetzt los? Das wundert mich fast. Wart ab. Ja, aber das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, ei, da fällt ihm etwas ein bisschen schwerer. Aber pass auf, pass auf, junger Padawan. Er hat dieses Spielerische, er hat dieses Leichte in seinen Bewegungen. Der wirkt überhaupt nicht wie ein Neuling, finde ich. Nee, finde ich auch nicht. Kann das Dreifache von seinem Körpergewicht tragen. Also, 18 Kilo. Ja, genau. Nein, aber er ist ein Leiter. Oh, die Eben ist Leiter raus. Raus. Die Eben ist Leiter, die Eben ist Leiter. Das gibt es, das gibt es. Oh Mann. Und das heißt, er war ein bisschen langsam. Wie sieht das aus? Oh, oh, oh. So, wo reitet er sich eigentlich? Nein, ich glaube, er hat es. Ich gucke hier auf den Monitor. Er ist dabei. Er ist Zehnter. Er ist dabei. Aber ganz knapp. Aber ganz knapp. Schmeißt damit Benjamin Schmidt-Marcourt raus. Roman. Hört er uns? Roman, hörst du uns zu? Roman, nick mal, wenn du uns hörst. Nein, er sieht dich auch. Da bist du. Also, ganz kurz, du musst gar nichts sagen. Wir waren begeistert. Klasse Leistung. Nicht wie ein Neuling. Und du bist auf jeden Fall im Halbfinale dabei. Wir sehen dich wieder. Gratulation. Na, na, na. Das Video ist noch lang nicht vorbei. Wollt ihr noch mehr Buzzer sehen? Dann klickt hier. Oder die ganze Folge. Dann geht's hier lang.